Und jetzt begrüßen Sie Tina Fey, Maya Rudolph und Amy Poehler. Guten Abend und willkommen zu den 1-Millionen-Akademie-Awarden. Und damit herzlich willkommen zur Oscar-Folge von Süß oder Salzig. Gestern wurden in L.A. ja die Goldjungen verliehen und wir sprechen heute über die Highlights vom Abend. Natürlich bin ich nicht alleine, sondern Jörn und Chris sind am Start. Chris Frisch aus dem USA wieder da. Und ja, ich würde sagen, jetzt erst mal Popcorn, oder? Ja, gerne. Gut, probieren wir mal. Bei mir ist es Salzig. Meins auch. Meins auch. Okay, dann schnell Intro ab. Danke, Luca. Ja, wir reden heute über die Tops und Flops des gestrigen Abends. Zwar über die schönsten und nicht schönsten Kleider auf Red Car. Also ich habe erst so kurz vor 2 eingeschaltet. Ich habe keine Ahnung. Okay, dann überspringen wir den Teil mit den Kleidern. Ist schade, ich hätte gerne darüber geredet. Ja, dann kommen wir direkt zu einem Film und fangen mal an mit dem besten Film des gestrigen Abends. Und das ist Green Book. Genau, ja. Hat ihn einer von euch gesehen? Ja. Du hast ihn gesehen, ich nicht. Ich habe ihn auch gesehen. Dann bitteschön. Ja, ich finde ihn sehr gut. Dem Film wurde ja so ein bisschen vorgeworfen, dass er im Gegensatz zu dem Spike Lee Film, Black Clansman, dass er die schwarze Welt von außen darstellt. Also dass das jetzt nicht der eigentliche Protagonist schwarz ist, aber ich fand trotzdem, dass es ein richtig guter Film war. Und ja, also Black Clansman natürlich auch, aber der hat ja auch was gewonnen. Ja, der hat gewonnen, das beste adaptierte Drehbuch und ich habe ihn leider nicht gesehen, aber auch völlig zu Recht. Er soll sehr lustig sein, sehr intelligent geschrieben und du hast ihn auch gesehen, hast du ihn gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen, nee, noch nicht. Black Clansman? Noch nicht gesehen, nee. Unbedingt angucken. Ja, ja. Black Clansman auch zu Hause, alle anschauen. Auch anschauen und Green Book, beide schöne Filme. Dann machen wir weiter, was gab es denn noch für Highlights? Also ganz kurz, bei Green Book kann ich kurz einhaken. Ich war überrascht, dass Green Book gewonnen hat. Ich war eigentlich fest davon überzeugt, dass Roma gewinnen würde. Stimmt, Roma. Den hast du gesehen. Den habe ich gesehen im Kino sogar. Also nicht wirklich bei Netflix, sondern im Kino, was nochmal durch eine ganz andere Erfahrung ist, weil es ja wirklich auch ein sehr bildgewaltiger Film ist mit ganz vielen tollen Longshots, die man jetzt vielleicht nicht so erkennt, weil sie dann doch halt eben sehr lang gehen und viele, viele unterschiedliche Szenen auch zeigen und viele Einstellungen haben. Also das ist nur eine der wenigen, oder andersrum, das ist eine der vielen Qualitäten, die dieser Film hat auf jeden Fall. Also es ist zum einen eben die Kameraführung, aber es ist auch die Story selbst. Es geht um ein mexikanisches Kindermädchen und um die Familie, bei der sie eben arbeitet. Und ja, hat da eben Ups und Downs, die sie da mitnimmt auf jeden Fall. Und das ist eine tolle Geschichte mit einem persönlichen Hintergrund für den Regisseur, der auch so ein bisschen seine Kindheit mit reingebaut hat. Er spielt in den 70ern. Ich fand es mega cool. Ich fand den Film mega toll, hat mir gut gefallen. Deswegen war ich eigentlich davon ausgegangen, dass der gewinnt. Wobei das ja ein Statement gewesen wäre, wenn ein Netflix-Film einen Kino-Oscar gewinnt. Absolut. Das ist auch, glaube ich, jetzt im Nachhinein... ...ein Kino-Oscar gewinnt. Im Nachhinein war es mir dann auch irgendwie relativ schnell klar, warum er nicht gewonnen hat, weil man natürlich da nicht so einem Streaming-Portal dann diesen Genugtum ermöglichen möchte, dass sie letztendlich dann jetzt endlich auch den besten Film mal gestellt haben. Das wäre dann schon auch was gewesen, was man in der Zukunft auch nicht mehr zurücknehmen könnte. Mal sehen, wie lange sie drumherum kommen. Wenn Netflix so weitermacht, dann werden sie vielleicht doch nochmal den besten Film gewinnen. Aber der Film hat doch was gewonnen, oder? Er hat einiges gewonnen. Also er hat beste Kamera gewonnen, meine ich. Bester ausländischer Film und bester Regisseur. Bester Regisseur, genau. Das ist für mich auch alles hochverdient. Ja, auf jeden Fall. Jetzt, wo du gerade sagst, bester ausländischer Film, da kommt mir gerade in den Kopf, da war ja auch ein deutscher Film im Rennen, und zwar nämlich Werk ohne Autor von... Florian Henke zu Donnersmark. Von Donnersmark bin ich. Produziert von Biedemann und Berg, den beiden Produzenten, die auch für Vier Blocks verantwortlich sind, und Dark, und damals schon mit von Donnersmark zusammen das Leben der anderen umgesetzt haben. Wofür sie damals den Oscar bekommen haben. Genau, für den sie damals den Oscar bekommen haben. Diesmal war die Konkurrenz sehr groß. Leider nicht gewonnen, aber dabei sein ist alles. Und auch schön, dass der Film gewürdigt wurde mit der Nominierung. Dabei sein ist alles, hat ja auch Lady Gaga gesagt. Sie hat ja gesagt, es wäre nicht wichtig, zu gewinnen, sondern es wäre wichtig, dass man dranbleibt. Also bleibt alle dran, jetzt in der Prüfungsphase. Also nie aufgeben, immer das Beste aus euch rausholen. Dankt ihr auch der Academy jetzt noch? Nein, aber wenn man das macht, dann hat man auch so weißblonde Haare und darf am Klavier sitzen. Und mit Bradley Cooper singen. Und Shallow, Shallow, Shallow singen. Ich muss aber sagen, die Live-Performance, ich fand es geil. Also der Song an sich, den kann man jetzt leider langsam auch hören. Ich kann es nicht mehr hören. Aber die Performance war groß. Ja, und Queen war da. Es war zwar nicht Freddie Mercury, es war Adam Lambert, aber Queen war da. Und Queen hat ja indirekt auch gewonnen. Ja, absolut, ja. Bohemian Rhapsody, der Film war auch für viele Oscars nominiert, ist von Bryan Singer, der verantwortlich ist für die X-Men-Filme unter anderem oder die üblichen Verdächtigen. Auch ein super Film aus den 90ern von ihm. Und abgeräumt hat der Hauptdarsteller Rami Malek, sprich ich es richtig aus, ja. Eine schöne Rede gehalten. Genau, schöne Rede gehalten. Oscar auch völlig verdient gewonnen. Die Konkurrenz war groß. Christian Bale war unter anderem noch nominiert. Vico Mortensen. Vico Mortensen, genau. Und Bradley Cooper, glaube ich, auch. Ja, war auch nominiert. In der Kategorie. Und ja, aber wie gesagt, völlig zu Recht gewonnen. Toller Film. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Habt ihr ihn gesehen? Nee. Wollte mir noch anschauen. Auch nicht gesehen. Oh. Da haben wir ein Loch. Sonst haben wir, glaube ich, fast alle... Ja, sonst sind wir gut vorbereitet. Weil, was jetzt noch fehlt, ist ja zum Beispiel Black Panther. Ja. Black Panther war auch nominiert als bester Film. Den haben wir gesehen, ja. Den haben wir gesehen. Der hat auch viel abgeräumt, viele Oscars. In den Leben-Kategorien. Eher so in technischen Kategorien oder Künstler... Naja, künstlerisches, vielleicht ist das Wort. Ähm, in... Ausstattungs... Ausstattungs... Mäßig. Gewonnen. 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 Wie zum Beispiel Set-Design und auch Kostüm, eigentlich. Original Scores, Soundtrack. Original Scores. Ja, okay. Auch gewonnen. Ja, super cool, dass mal ein Superhelden-Film auch mal da in Erwägung gezogen wird. Das haben sich bestimmt auch viele Fans des Genres gewünscht. Und vor allem des Films. Und ja, schön, dass ein paar Gold-Jungen abgeräumt hat. Vielleicht war das auch der Grund, warum dann auch Spider-Man gewonnen hat als bester Animationsfilm. Stimmt. Was ja auch jetzt unüblich ist, dass zum Beispiel so ein Pixar-Film wie die Unglaublichen 2 aus dem Rennen gekickt wird. Ja. Und stattdessen ein Marvel-Superhelden-Film als bester Animationsfilm. Aber alle, die drin waren, fanden ihn gut. Das stimmt, absolut. Ja. Wir haben ja eigentlich einen anderen Animationsfilm als Favoriten gehabt, den wir persönlich besser fanden. I Love Dogs, der Wes Anderson-Film. Ich kann ihn nur empfehlen. Ich kann auch nur empfehlen, der Summer-Film, der ist lustig, der Film. Das ist alles, was man von einem Wes Anderson-Film erwartet. Und ich finde die Animationen halt spitze. Ja. Teilweise, meine ich, auch in Babelsberg umgesetzt wurden. Da hat er ja so Connections seit Grand Budapest Hotel. Genau, Grand Budapest Hotel wurde auch schon teilweise dort gedreht. Und allein deswegen sollten wir ihn sich schon anschauen. Genau. Okay. Ja, gestern haben auch viele Frauen gewonnen. Unter anderem war der Olivia Colman, die für beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde in dem Film The Favorite. Und das war auch ein sehr lustiger Moment, weil sie wurde eigentlich unterbrochen in ihrer Rede und hat es dann aber lockerlässig runtergespielt und hat gesagt, sie braucht noch mehr Zeit und hat einfach sich durch nichts beirren lassen und weitergemacht, so wie sie es gehört. Und das fand ich sehr schön. Ein sehr reeller Moment, auch weil sie halt wirklich nicht damit gerechnet hat. Ich glaube, die meisten haben mit Grand Closed, glaube ich, gerechnet, dass Grand Closed gewinnt für die Frau des Nobelpreisträgers. Genau, die Preisträgerin selbst, wenn man die nochmal in einer ganz anderen Rolle sehen möchte, in einer ganz anderen Rolle, empfehle ich Hot Fuzz, den Edgar Wright Film. Sehr lustig, der schafft sie nur eine sehr kleine Rolle, aber ist sehr lustig als Kleinstadtpolizistin. Okay. Sehr, sehr geil. Also anschauen. Klare Empfehlung von Chris. Ja. Unter anderem schaut das Ganze auf dem Sofa daheim. Andere sind live beim Geschehen dabei in L.A. sowie unser Kollege Norman Baumgartner. Grüß dich, Norman. Hey, Luca. Grüße nach Deutschland. Norm, ich sehe, in L.A. wird ja kräftig gefeiert. Du liegst neun Stunden hinter uns und bist noch mitten im Geschehen. Ja, erzähl mal, wie geht's zu in der Welt der Reichen und Schönen? Ja, Luca, ich melde mich hier exklusiv von der Madonna-Oscar-Aftershow-Party, der wildesten Oscar-Party in ganz L.A. Hier sind Kameras eigentlich streng verboten und ich konnte mich eigentlich auch nur rausschleichen, weil ich Georgie gesagt habe, ich gehe kurz in der Seitengasse mal eine Quarzen. Georgie? Meinst du George Clooney vielleicht oder hast du einen Kumpel dabei, der Georg heißt und man spricht das George aus oder was genau meinst du? Ja, ja, Clooney, Clooney natürlich. Georgie, Brettie, Quintie, Clintie, die Jungs und ich, wir rufen uns eigentlich gegenseitig nur noch mit unserem Kosenamen. Ich bin mal Normie, mal Baumi. Das ist ja so ein Hollywood-Ding. Ja, okay, krass. Das ist echt abgefahren. Erzähl mal, wie lange kennt ihr euch? Seid ihr alte Freunde? Und wie ist denn die Stimmung auf der Party von Madonna? Ja, Luca, ich will dich jetzt nicht mit irgendwelchen Details über unsere achtstündig andauernde Freundschaft langweilen, aber die Stimmung, so viel kann ich sagen, ist der Hammer. Ja, alle sind hier super gut drauf. Es gibt Dom Perignon umsonst. Also, ich meine, da lässt sich das Materieger nicht lumpen, ne? Ja, oh, Norm, das hört sich ja echt abgefahren an. Konntest du denn schon ein paar Gewinne des heutigen Abends erblicken? Warte mal, Luca. Ich kriege hier gerade eine SMS von Georgie rein. Boah, der alte Schlingel. Du, Luca, ich muss wieder los. Ich meine, wir können uns ja später noch mal hören oder auch nicht, je nachdem, ob wir mit Leo noch weiterziehen. Von daher, tschö aus Hollywood. Grüße in Schwarmländer. Okay, dann danke, Norm, für deinen objektiven Lagebericht aus L.A. Live von der Madonna-After-Oscar-Party. Absolut. Ha, 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 ha. Das war gut, oder? Das war crazy. Was der für Madonna getan hat, um auf die Party zu dürfen. Ja, hat sich der alte Schlingel gleich mit George Clooney angefreundet. Hat er? Ja, hat er. War der da? Glaube ich. George Clooney war da echt. Ich habe nur Lady Gaga gesehen. Ja. Aber es sind ja eh alle da. Er wird sich irgendwo versteckt haben. Ob die Julia Roberts da war? Die war so blond. Die war da, ja. Also, du meinst auf der Party dann? Die hat ja was moderiert. Ja, ja. Ob der Party. Wenn ihr euch schon wundert, was hier unten eingeblendet wird, während wir diskutieren, wir blenden für euch natürlich alle Gewinner ein, dass hier keiner zu kurz kommt. Ihr könnt das alles nachlesen. Wir sind top informiert. Ihr seid top informiert. Und damit sind wir eigentlich schon am Ende der Sendung der kurzen Zusammenfassung der Oscars 2019. Es war mir eine Ehre, mit euch darüber sprechen zu dürfen. Ich erst mal ein bisschen salzlisch. Popcorn. Danke dafür. Ja, gerne. Das schmeckt super. Nein. Schmeckt doch gut. Man kann einfach nicht aufhören. Okay. Tschüss. Na dann. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.